Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Kommentare zu dieser Sendung und allen anderen könnt ihr hinterlassen auf mannglaubtesnicht.wordpress.com. Wir freuen uns sehr über eure Dialoge mit uns. Hey, was kommt denn jetzt? Definitionen. Definitionsstündchen. Heute habe ich das Wort Theologie für euch vorbereitet. Wir hatten ja bereits gesprochen über Atheismus, Agnostizismus, Atheismus, Humanismus, Glauben, Wissen, Wahrheit, Wirklichkeit, Religion, Weltanschauung, TDC, Heiliger Geist, Erleuchtung, Gott und Wissenschaft. Und heute das Wort Theologie. Was ist eigentlich Theologie? Und zwar die Idee, dieses Wort zu besprechen, hatte ich, weil in unseren Kommentaren auf mannglaubtesnicht.wordpress.com der User Holger Gronwald am 31.03.2019 um 15.33 Uhr geschrieben hat, wie soll das gehen? Entweder Wissenschaftler oder Theologie. Es sei denn, er wäre schizophren und die Persönlichkeit wüsste nicht, was die andere tut. Und der User Lusch schrieb, Religionswissenschaft ist die interdisziplinäre Verknüpfung von Theologie, Sozialwissenschaft und Geschichte, um die Wechselwirkungen von Religionen und Gesellschaften zu untersuchen. Kann mich natürlich irren. Vielleicht macht MGen mal einen Beitrag zu dem Thema. Und deswegen sage ich sehr gerne, hier ist der Beitrag. Über neun Monate später. Schon der Beitrag am Start. Wow. Wie immer im Definitionsstündchen habe ich rausgesucht, was anerkannte Autoritäten auf dem Gebiet der Definitionen zu diesem Begriff sagen. Wir fangen an mit der Quelle katpedia.de. Und katpedia.de schreibt Theologie, in Klammern Rede von Gott, ist die Lehre von Gott und den göttlichen Dingen anhand der übernatürlich-göttlichen Offenbarung der Heiligen Schrift und dem Wehen des Heiligen Geistes in der Tradition der Kirchengeschichte. Also ich muss sagen. Den Wehen und dem Wehen? Nein, dem Wehen. Der Geist weht rum. Der kreist nicht, sondern der weht. Der weht rum. Okay, offensichtlich. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und zwar weht er in der Tradition der Kirchengeschichte, dieser Geist. Der weht halt durch rum. Ja, geil, oder? Man bleibt ja nichts anderes übrig, was wollen Sie denn sonst sagen. Weiter schreibt Katpedia, die Theologie befasst sich systematisch, mit den Grundlagen der durch Gott geschenkten Erkenntnisse. Deshalb wird sie auch systematische Theologie genannt. Nach der bekannten Definition des heiligen Anselmen ist Theologie Glaube, der verstehen will. Die natürliche Gotteslehre, der Theodizee dagegen, erringt ihr Wissen aus der natürlichen Offenbarung Gottes in der Schöpfung mit alleiniger Hilfe der menschlichen Vernunft. Also ich glaube, dass er irgendwie sehr schwammig ist bei der Katpedia. Ich glaube, der verstehen will, will der sich selber verstehen oder will der die Welt verstehen? Ja, aber da steckt ja nichts anderes übrig. Die wollen ja sagen, wir wollen verstehen, wie das mit dem Gott ist und wollen das erforschen. Ja. Wollen das verstehen. Aber gleichzeitig können wir da nicht völlig neutral dran gehen, weil dann würden wir ja möglicherweise Sachen zulassen, Fragen zulassen und auch auf deren Antworten kommen und dann sind wir vielleicht nicht mehr gläubig. Ja. Natürlich, wenn man sich das anguckt, bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu sagen, wenn man nicht glaubt, versteht man die Welt nicht. Aha, genau, stimmt. Das ist ein bisschen schwierig, ist die Position, ne? Ja, darauf ziehen sie sich zurück. Das sind, es gibt auch einen Namen für. Warte, lass mich überlegen. Theologie? Nee, für Leute, die sagen, wenn ich nicht schon Christ bin, kann ich die Welt nicht verstehen. Das hat den bequemen Nebeneffekt, dass ich mit Leuten, die nicht Christen sind, überhaupt nicht reden muss. Stimmt, weil die sowieso nicht verstehen. Wir haben gar keine Chance. Dann lächelst du deren Kritik weg, aber lässt die nicht an dich ran. Ja, ja. Ja, und das ist halt, was die machen müssen. Wir haben hier gar nichts anderes übrig. Dann teilt die Katpedia-Theologie ein in vier Bereiche, und zwar die biblische Theologie, die historische Theologie, die theoretisch-systematische Theologie und die praktische Theologie. Dann gibt es einen kleinen Abschnitt über die Herkunft. Was ist denn die praktische Theologie? Ja, darunter gibt es Unterpunkte, und zwar das Kirchenrecht, die Pastoraltheologie, die Liturgiewissenschaft, die christliche Kunst, die Katechetik, die Missiologie, also Missionsgedöns anscheinend, dann Aszetik, christliches Leben, Ökumenismus und Religionswissenschaft und Sekten. Religionswissenschaft und Sekten? Ja, gehören alle zur praktischen Theologie. Okay. Dann gibt es das Herkunft der Prinzipien genannte Kapitel bei Katpedia, und da schreibt sie, die Theologie empfängt ihre Prinzipien nicht von anderen Wissenschaften. Lustigerweise schreiben die hier andern, nicht andern, sondern unmittelbar von Gott, vermittels der Offenbarung. Also das heißt, die Religionswissenschaft und Sekten, das kriegen wir auch direkt und unmittelbar von Gott. Ja, weil es ja Teil der praktischen Theologie ist und damit Teil der Theologie. Hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass wir es behaupten, aber gut. Die Theologie empfängt ihre Prinzipien nicht von anderen Wissenschaften, sondern unmittelbar von Gott, mittels der Offenbarung. Denn diese stehen nicht höher, sondern sie bedient sich derselben, da diese Niederer stehen und Dienerinnen sind. Also die anderen Wissenschaften sind alle Hilfswissenschaften für die Theologie? Ich glaube, ja. Okay. Ohne die Theologie gäbe es das andere alles nicht, ne? Und dann Zitat von Benedikt XVI. Theologie ist Nachdenken des von uns, von Gott Vorgesagten, Vorbedachten. Ah, Nachdenken. Das Nachdenken, also genau. Wir denken das nach, was uns jemand sagt. Genau, wir machen das nach. Wir denken es genauso nach. Sag nochmal jemand, Kirche sagt kein Faschismus. Aber egal. Ja, also Carpedia wie immer wirklich. Eine 1A-Quelle. Ja. Dann die nächst bessere Quelle, Wikipedia. Theologie bedeutet die Lehre von Gott oder Göttern im Allgemeinen und die Lehren vom Inhalt eines spezifischen religiösen Glaubens und seinen Glaubensdokumenten im Besonderen. Das finde ich schon mal ein bisschen besser. Also weil man sich da eher so anguckt, okay, was ist das jetzt eigentlich? Aber da hatte ich eher den Eindruck, man guckt das von außen an, ne? Ja, stimmt. Dann schreibt die Wikipedia unter dem Oberbegriff historische Entwicklung des Begriffs, also hier geht es jetzt um den Begriff Theologie, in der griechischen Antike. Der Begriff Theologia trat in der griechischen Antike auf. Dort bezeichnete er die Rede von Gott, das Singen und Erzählen, griechisch Mythein, von Göttergeschichten. Später verstanden christliche Theologen unter diesem Begriff Gottes Rede zu den Menschen. Da sieht man schon, wie der Begriff sich anscheinend langsam ändert. Im Christentum im zweiten Jahrhundert wurde der Begriff von christlichen Autoren, den Apologeten aufgegriffen, die ihn im Kontrast zur Mythologia verwendeten. Bei Eusebius bedeutet der Begriff etwa wie das christliche Verständnis von Gott. Also die Christenautoren nehmen dann halt den Begriff Theologie und sagen eben, in Abgrenzung zu den griechischen Göttergeschichten, wir haben aber hier andere Göttergeschichten. Unser Scheiß klingt zwar genauso wie deren Scheiß, aber das stimmt ja gar nicht, weil deren Scheiß ist erfunden und unserer nicht. Genau, und deswegen braucht er auch einen anderen Namen. Wir brauchen unbedingt einen anderen Namen. Genau. Dann schreibt die Wikipedia, da geht es noch ein bisschen weiter und dann kommt, das fand ich ganz interessant, die Unterscheidung der Theologie als Wissenschaft von der Glaubenspraxis und der unmittelbaren Erkenntnis des Glaubens wurde zur Zeit der lutherischen Orthodoxie durch den Theologen Georg Kallixt vorbereitet. Ach so. Und das ist natürlich eine wichtige Unterscheidung, wenn man jetzt sagt, Theologie ist, was der Gott sagt, dann hat man einen sehr unkritischen Blick da drauf und wenn man sagt, ja wir untersuchen jetzt mal, wie sich religiöse Leute verhalten, ist das schon mal echt ganz anders. Ja, das ist aber keine Theologie. Das geht ja in Richtung Religionswissenschaft, das passt doch gar nicht da rein. Ja. Also es kann ja sein, dass die das da drunter gefasst haben, das passt doch gar nicht zum Rest. Ja. Also ich könnte auch Religionswissenschaftler werden, da wäre ich doch kein Theologe. Stimmt, ja stimmt. Dann gibt es ein Kapitel bei der Wikipedia, der ist überschrieben mit christliche Theologie. Die Theologen im Christentum verstehen sich als wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit den Quellen des Glaubens und der Glaubenspraxis, sowie als systematische Analyse und Darstellung des Glaubens. Im 20. Jahrhundert kam als Disziplin die interkulturelle Theologie hinzu, die das Verhältnis von der christlichen Theologie und Praxis im Kontext verschiedener Kulturen, Religionen und Gesellschaften untersucht und sich den Fragen des interkulturellen wie interreligiösen Miteinanders widmet. Okay, das macht irgendwie Sinn. Dann gibt es ein kleines Kapitel in der Wikipedia, das heißt Kritik innerhalb der Theologie. Uh. Kritik begleitet die ganze Kirchengeschichte, denn Auseinandersetzungen zwischen der etablierten Kirche und abweichenden Strömungen sind stets mit Kritik verbunden. Daneben gibt es von Beginn an auch ein selbstkritisches Hinterfragen des eigenen Verständens. Das ist nicht bekannt für. Ja. Paulus mahnte, prüft alles und behaltet das Gute und verwies auf die Vorläufigkeit unseres jeweiligen Erkenntnisstandes. Unser Erkennen ist Stückwerk. Paulus, habe ich jetzt auch mal gewikiet, da schreibt die Wikipedia, Paulus von Tarsus war nach dem Neuen Testament ein erfolgreicher Missionar des Urchristentums und einer der ersten christlichen Theologen. Seine Historizität gilt den meisten Forschern als gesichert. Ach so, die möchte ich aber gerne mal treffen, die meisten Forscher. Ja. Ja, okay, darüber sprechen wir dann in der großen Folge Christentum Roundup. Ja, also das schreibt die Wiki zu ganz vielen Sachen. Mit Religion zu tun, das gilt. Ja, ist alles echt, ist so. Ist klar. Das war jetzt die Kritik innerhalb der Theologie. Jetzt gibt es in der Wikipedia ein Kapitel Kritik an der Theologie. Einige Wissenschaftstheoretiker sprechen jeder Theologie aufgrund ihrer Bekenntnisgebundenheit die Wissenschaftlichkeit ab und kritisieren ihre Präsenz und Finanzierung an staatlichen Universitäten in Form von theologischen Fakultäten. Ja, hier ich. Ja, ich auch. Ich bin zwar kein Wissenschaftler, aber die Kritik gilt trotzdem. Und ich spreche Ihnen auch den Status als Wissenschaft ab. Kritik an der Theologie richtet sich, ich finde, das klingt so ein bisschen empört übrigens, dieser Satz. Ja, ja, das ist schon so. Es gibt so Einzelne, die sind aber komisch. Kritik, also weiter schreibt die Wikipedia, Kritik an der Theologie richtet sich zum Beispiel gegen, dann drei Punkte, eine fehlende Ergebnisoffenheit. Ja, guter Punkt. Gott, der Glaube, die Offenbarung und dergleichen würden vorausgesetzt und seien nicht falsifizierbar. Ein solcher Anspruch auf absolute Wahrheit sei in anderen Wissenschaften ausgeschlossen. Ja, das macht Sinn, ne? Punkt zwei, eine fehlende Freiheit der Lehre. Theologische Lehrstühle würden im Einvernehmen mit der Kirche besetzt. Und zumindest an katholischen Fakultäten sei eine Lehrerlaubnis erforderlich, die im Konfliktfall entzogen werden kann. Siehe Liste von katholischen Theologen, denen die Lehrerlaubnis entzogen wurde. Auch ein guter Punkt. Damit sei eine Freiheit der Lehre bzw. Forschungsfreiheit nicht mehr garantiert. Finde ich auch einen guten Punkt. Punkt drei, eine Entfernung der dogmatischen Theologie von den Erfahrungen der Menschen, besonders von ihren Sehnsüchten, Ängsten und Nöten. Diese könne zu einem Begriffsfetischismus herabsinken. Aber was? Also es ist wohl, da wird zu viel rumtheoretisiert, so interpretiere ich den Satz. Wenn die an den Lehrstühlen so viel rumtheoretisieren, dann geht es vorbei an den eigentlichen... Das ist Hirnwichserei. Ja, genau. Ja, das ist ja nichts anderes übrig. Sobald du es an die reale Welt misst, bricht es sofort zusammen. Dann zerfällt es Staub wie ein Vampir. Genau, ja. An Sonnenlicht gebracht. Ja, genau. So, und jetzt sagt die Wikipedia, auf diese Anfragen, also Anfragen, ich finde das eher, naja, egal. Auf diese Anfragen gibt es verschiedene Reaktionen. Ja, genau, mehr beten. Seitens der Theologen. Manche Theologen... Immer in die Ohren tun. Manche Theologen sehen Gott nicht als unmittelbaren Gegenstand einer theologischen Wissenschaft. Zum Beispiel sieht Wohlfahrt Pannenberg Gott als Gegenstand des Glaubens. Vertreter der natürlichen Theologie dagegen argumentieren für die grundsätzliche Erkennbarkeit Gottes mit Hilfe der natürlichen Vernunft. Also auch ohne Glauben, beziehungsweise Annahmen von Ovogos. Dazu gehöre ich dann auch zu. Den müsste man sehen können, wenn es den gäbe. Aber der sagt ja, natürlich kommt man darauf, dass es Gott gibt. Na gut, da bin ich doch kein natürlicher Theologe. Ich würde aber gerne mal mit einem sprechen. Weiter geht's mitunter beruht Kritik an der Theologie auf einem naturwissenschaftlich orientierten, in Anführungsstrichen, objektiven Wissenschaft. Ah, ja, ja, ist auch nur Religion. Ja, ja, genau. Hier kam es im Rahmen der Wissenschaftstheorie seit den 60er Jahren zu einer veränderten Sichtweise. Etwa durch Thomas S. Kuhns Hinweis darauf, dass bei der Entscheidung von Forschern für oder gegen einen Paradigmenwechsel psychologische Faktoren mitwirken. Auch die analytische Philosophie war einflussreich. Also hier heißt es, Wissenschaft ist auch nicht besser. Das ist doch, also natürlich, das stimmt schon. Aber ein Paradigmenwechsel heißt doch nicht, dass sich die Natur ändert. Nee, das heißt, dass man seine Beschreibung davon ändert. Ja, genau. Wir haben es doch noch nicht richtig verstanden. Das ist immer das super Missverständnis. Das ist auch kein Grund. Ja, guck mal, der Newton ist ja dann auch durch Einstein widerlegt worden. Also so, ja, eben, das ist halt das Tolle am Fortschritt. Wir erkennen, dass man noch mehr erkannt hat. Das sehen die Leute aber nicht so. Die sind Jahrzehnte lang trainiert, überall die absolute Wahrheit zu suchen. Ja, so. Als Abschluss gebe ich dann noch zum Besten, was der Brockhaus dazu zu sagen hat. Theologie. Spätlateinisch von Griechisch Theologie. Ja. Rede oder Lehre von den Göttern. Systematisch reflektierende Entfaltung religiöser Glaubensaussagen. Äh, okay. Systematisch reflektierende Entfaltung religiöser Glaubensaussagen. Ja. Das fällt aber wieder auf das hinaus, was sie vorher sagen. Was sie vorher schon gesagt haben. Da ist was und wir wollen nur, wir wollen das ein bisschen besser erkennen können. Genau, da gibt es irgendwelche... Wir gucken uns an, ob das überhaupt da ist und was das denn ist, wenn es das ist. Sondern, ja, das ist da ganz bestimmt, aber es ist irgendwie, da sind so Wöckchen vor, die pusten wir jetzt weg. Genau, oder wir bleiben da innen drin. Wir nehmen an, dass es war und jetzt gucken wir, jetzt analysieren wir das von innen sozusagen, genau. Wie war das noch? Neugieriger Glaube oder sowas? Da ist sowas in der Art, das passt ganz gut. Der Begriff Theologie wurde jedoch noch lange Zeit meist spezialisiert gebraucht als zusammenfassende Bezeichnung der im Rahmen frühchristlicher Lehrbildung entstandenen Lehre von Gott. Erst mit dem Beginn der Hochscholastik, ab etwa 1200, wurde er zum Oberbegriff für die wissenschaftliche Beschäftigung mit allen Gegenständen der christlichen Tradition, besonders der Bibel und den anderen schriftlichen Zeugnissen des Glaubens. Theologie wurde zur Glaubenswissenschaft. In diesem Sinne wird die Bezeichnung Theologie bis heute benutzt und inzwischen auch für systematische Lehren anderer Religionen. Ja, aber das ist doch ganz schön, dass in der Scholastik so verankern kann. Da ist das nämlich nie drüber hinweggekommen. Also die machen, benutzen wir noch die alten Mittel, also Mittelalter, die alten Verfahren zum Erkenntnisgewinn. Aber es ist ja schon lange gezeigt, dass du mit den Verfahren keine Erkenntnis gewinnst. Ja. Also das geht halt nicht. Das sind seit dem Jahr 13. Ende des Mittelalters, klar, dass das nicht geht. Sondern das ist möglicherweise die Erkenntnis, ist das Ende des Mittelalters. Ja. Ja. Dann gibt es im Brockhausen Abschnitt, der heißt Theologie und Religionswissenschaft. Die Theologie als Wissenschaft und die Religionswissenschaft beziehen sich grundsätzlich auf denselben Gegenstand. Und zwar die religiöse Verfasstheit des Menschen sowie die Ausprägung von Religionen in der Geschichte. Okay. Während aber die glaubensneutral forschende und wertende Religionswissenschaft die religiöse Wahrheitsfrage oder Wahrheitsbehauptung ausklammert, beziehungsweise alle Religionen als prinzipiell gleichwertige Artikulationen menschlicher Religiosität voraussetzt, aber ein wichtiger Unterschied, aber egal, geht die Theologie, die immer an eine bestimmte Glaubenstradition gebunden ist, prinzipiell von der nach ihrer Auffassung von Gott geoffenbarten Wahrheit der eigenen Tradition aus. In ihren konkreten Einzelforschungen können Religionswissenschaft und Theologie durchaus die gleichen wissenschaftlichen Methoden anwenden. Eine den methodisch-kritischen Anforderungen heutiger wissenschaftlicher Tätigkeit genügende Theologie findet sich innerhalb der Religionen dabei nach wie vor vor allem im Christentum. Oh, lieber Brockhaus, vor allem das Christentum ist so ganz so toll und ist so wissenschaftlich und so. Ja, vor allen Dingen auch die ganze rabbinische Literatur hat nichts damit zu tun. Oder auch die muslimischen Schulen haben nichts damit zu tun. Also theologische Schulen, das ist alles zweitklassig. Ich finde es auch echt abgefahren, dass der Brockhaus hier behauptet, ja, also Theologie geht zwar davon aus, dass die Religion wahr ist, aber innerhalb dieser Theologie sind das genauso gute, super wissenschaftliche Methoden wie überall sonst auch. Also, naja. Mhm. Dann kommt der nächste Abschnitt im Brockhaus, Theologie als Wissenschaft. Die christliche Theologie kann in dreifacher Weise als Wissenschaft verstanden werden. Erstens als methodisch exakte Reflexion und Darlegung des sich auf Jesus gründenden Glaubens an Gott. Mhm. Hierbei wird die Wahrheit der christlichen Sache vorausgesetzt und selbst nicht in Zweifel gezogen. Ja, genau. Also der Brockhaus ist ja auch, die haben wir ja schon manchmal erwischt beim sich in die Tasche lügen. Ja, ja, ne? Lügen sich eins in die Tasche. Na gut, was ist denn der zweite Punkt? Erst, ja, dann geht es aber hier noch zu dem ersten Punkt weiter. Erst mit der kritischen Wende der Neuzeit und dem Aufkommen der modernen Wissenschaften entfaltet die Theologie ihre Aussagen in der Auseinandersetzung mit kritischer Philosophie, Natur und Humanwissen. Mhm. Dieser Theologie fehlt nach modernem Wissenschaftsverständnis das Kriterium der Voraussetzungslosigkeit. Sie wäre demnach zwar in der Anwendung der Methoden, nicht aber als solche wissenschaftlich. So, okay, danke, Brockhaus, dass ihr das wenigstens noch hinten dran hängt. Welche Methoden sollen das denn sein, die da so ach so wissenschaftlich sind? Dann ist das doch völlig unabhängig davon, ob da jetzt ein göttlicher Text ist oder wir, was weiß ich, wir haben über Buchhaltung gesprochen oder sowas. Ja, stimmt. Das hat doch damit gar nichts zu tun. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, egal. Vielleicht verstehe ich das bloß. So, jetzt aber der zweite Punkt, warum die christliche Theologie als Wissenschaft verstanden werden kann. Punkt zwei. Theologie als historische Wissenschaft. Sie erhebt nicht den Anspruch, Gott zum Gegenschaft der Theologie zu machen, sondern die historischen Gestaltformen, die das Reden von Gott im Verlauf der christlichen Geschichte gefunden hat. Aber das ist doch dann Geschichtswissenschaft und nicht Theologie, oder? Ich wundere das auch. Ich dachte, dass die Ausprägungen von Gott sind Kern der Theologie und seine Wünsche und Regeln und was nicht alles, was er sich so vorstellt, was man so machen soll. Sondern wenn du das nicht hast, kannst du doch überhaupt keine Kirche bauen, keine Religion bauen. Wenn dir Gott nicht sagt, ich finde das gut und das schlecht und das habe ich gemacht und darum will ich das, dann hast du doch keine Religion. Nein, dann hast du Geschichtsunterricht oder Geschichtsforschung. Also warum das dann noch Theologie heißen soll, weiß ich auch nicht. Ja gut, das ist natürlich dann alles wissenschaftlich. Das kann man wissenschaftlich machen. Das ist dann nur nicht mehr das, was wir darunter verstehen. Also nicht unter Wissenschaftlichkeit, sondern unter Theologie. Ja, genau. Dann hat es ein falscher Name dann irgendwie nicht. Und wenn du dann das Beschäftigen mit Gott ausschließt... Ja, das ist dann nur noch historisch. Wir machen Chemie, aber Elektronen gucken wir uns nicht an. Ja. Ja, gut. Macht ihr mal. So, dritter Grund. Theologie als Erfahrungswissenschaft. Ausgangspunkt ist die kritische Erkenntnis, dass alles Reden von Gott auf menschlich-religiöser Erfahrung beruht. Von anderen Erfahrungswissenschaften unterscheidet sich Theologie dann nur noch darin, dass in ihr letzte beziehungsweise erste menschliche Erfahrungen reflektiert werden. Was sind denn andere Erfahrungswissenschaften? Ich weiß auch nicht, was überhaupt eine Erfahrungswissenschaft sein soll. Ja, da könntest du ja sowas wie Soziologie oder sowas. Aha. Meinen die sowas. Ja, aber das stimmt doch auch nicht. Also das... Ja, und was sollen denn letzte oder erste menschliche Erfahrungen? Ja, das machen sie immer. Da müssen sie ja oft zurückkommen, indem sie die anderen... Die müssen ja die anderen abschütteln. Ja, ja. Die müssen die anderen irgendwie abschütteln. Ja. Und das machen sie dann dadurch, dass sie sagen, das sind alles nur Höchstwissenschaften. Wir kümmern uns um die wirklich wichtigen Fragen im Leben. Wie zum Beispiel so, ja, was sind denn eure wichtigen Fragen? Ja, wo gehe ich hin? Wo komme ich her? Ja. Was sind eure Fragen? Ja. Das ist, was euch beschäftigt? Ja. Okay. Und dadurch, dass man eben so Wörter gibt wie letzte und erste menschliche Erfahrungen, dann hört sich das so groß an, dass man gar nicht wagt, weiter zu fragen. Was ist denn? Wir kriegen das im Alltag gesagt. Also das haben wir kulturell, kriegen wir das gesagt, als Kinder eingetrichtert, dass das die wichtigen Fragen sind. Und dann sind das halt die wichtigen Fragen. Und die kann auch niemanden beantworten, weil die nämlich keinen Sinn ergibt. Und dann muss halt jemand her, der sagt, ein Zauberer wie ein Kaninchen aus dem Hut zaubert, so wir machen das jetzt. So, dann gibt es hier einen kleinen Abschnitt im Brockhaus, der darüber schreibt, wie die theologischen Wissenschaften institutionalisiert wurden. Das heißt, wie das überhaupt dazu kam, dass es als Wissenschaft oder als System des darüber nachdenkens gesehen wurde. Da geht es darum, dass mit dem Vordringen des Christentums in den germanischen und keltischen Kulturraum Theologie zunehmend zur Sache von Schulen wurde, in denen neben der Fähigkeit zu lesen und schreiben auch Teile des altkirchlichen und antikes Erben gepflegt wurden. Also zum Beispiel Kathedralschulen, Klosterschulen. Theologie wurde zur schulischen Vermittlung. Die Theologie, die wesentlich zur Entstehung der Universitäten beigetragen hat und einen zentralen Platz in deren Wissenschaftsgefüge besaß, ist jedoch im Verlauf der... Ja, Arschlöcher. Vier Arschlöcher. Ja, ja, die Theologie hat die Universitäten überhaupt erfunden. Ist jedoch im Verlauf der letzten 200 Jahre wegen ihrer kirchlich-konfessionellen Rückbindung und der kirchlichen Einwirkungsrechte auf die theologischen Fakultäten in ihrer Stellung im Wissenschaftskanon der staatlichen Universitäten umstritten. In vielen Ländern aus der Universität entfernt und an kirchlichen Hochschulen verwiesen wurden. Ja, genau. Kirchliche Hochschulen, meinetwegen. Sollen Sie machen, was Sie wollen. Können Sie alles einfach schön bezahlen. Ja, solange Sie auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bleiben. Bitte. So, und jetzt gibt es tatsächlich hier auch noch eine Unterteilung der theologischen Disziplinen. So ähnlich wie bei Katpedia ganz am Anfang, schreibt auch der Brockhaus davon, dass es verschiedene theologische Disziplinen gibt und zwar die historische Theologie, Bibelwissenschaft, Exegese, Patristik, Kirchengeschichte, Theologiegeschichte, kanonistische Rechtsgeschichte, zweitens die systematische Theologie, Dogmatik, theologische Ethik, Moraltheologie und Fundamentaltheologie und drittens die praktische Theologie und zwar die Pastoraltheologie, Kirchenrecht, Liturgiewissenschaft, Liturgik, Religionspädagogik, Katechetik, Homiletik und Poemenik. Och, Poemenik ist die Seelsorgerlehre und den restlichen Begriffswust haben sie sich nicht erdreistet zu erklären. Ja, ihr lieben Leute und Leutinnen. Ihr wisst ja Bescheid. Was ist Theologie? Ich glaube, dass sich eins drauf runterholen des eigenen Glaubens. Ja, und gleichzeitig ein Abwehrkampf gegen die Welt, ne? Mhm. Du versuchst irgendwie Wege zu finden, deinen eigenen Glauben zu stärken und gleichzeitig alles andere abzuwehren, weil du merkst, du verlierst. Genau, du guckst dir ganz genau an, was das jetzt eigentlich ist, dein schöner Glauben und suhlst dich in dem Wohlgefühl, den er dir gibt und kriegst immer mehr darüber raus, hast du das Gefühl und bla bla bla. Und dann kommen irgendwelche Leute, die sagen, wisst ihr was, wir haben jetzt mal mit systematischen Versuchen das und das rausgefunden. Der Mond dreht sich um die Erde, die Erde dreht sich um die Sonne und dann sagst du, ha, ich hab auch ein tolles System von systematischen Methoden, mit denen ich, ich meine, das fühlt sich so an, als ob die versuchen mitzuhalten bei der ganzen Aufklärung, die auf einmal aufkommt und Leute, die Sachen, echte Sachen rausfinden, die echte Sachen in der echten Welt rausfinden und du sagst so, ja, das kann ich auch, ich finde jetzt auch mal Sachen raus. Die müssen das machen, das ist ja ein Riesengeschäft. Das gibt, da sind ja, ich weiß nicht wie viele hunderte von Stellen dran in Deutschland, also Forscherstellen, Professorenstellen, das ist ja unglaublich viel Geld. Also die werden signifikanten Teile ihrer Zeit damit vorbringen, nachzudenken, wie sie garantieren können, dass sie die weiter behalten. Wenn jetzt ja jemand kommt und sagt, hey Leute, das ist überhaupt nicht, was jeder macht, ist, wuhu, walalala, ja, so ein bisschen mit einer Rassel, die Leute machen mit der Rassel, aber doch nicht von meinem Geld. Und das, deshalb müssen die diese Abgrenzung finden, die müssen das, sich damit beschäftigen, warum sie wohl eine Wissenschaft sind und jeder andere, der das bezweifelt, wird angeschrien. Ja. Das ist ja gar nicht anders, was sollen sie denn machen? Ja, ja, genau. Was sollen sie denn machen, da ist so viel Geld drin. Das ist so, der Versuch, sich selbst zu rechtfertigen und sein System irgendwie in die Neuzeit zu retten. Ja, ja, wir beschäftigen uns. Aus der Scholastik raus, genau. Wir beschäftigen uns auch sehr, sehr wissenschaftlich. Irgendwie ist ihnen das gelungen. Ja. Und sonst keinem. Verrückt. Weil das nämlich alles Schachsinn ist. Das ist schon spektakulär. Da muss man sagen, Hut ab, das habt ihr großartig gemacht. Ja. Dass das heute existiert. Wow. Und es gibt Leute, da steht dann in der Zeitung wirklich, dass selbstverständlich, dass das wissenschaftlich ist und dass man jedes Mal mit denen gesprochen hat und dann braucht man ja auch mehr Geld und sowas. Da denkst du schon, wow. Ja. Dass ihr das hinkriegt, das ist schon nicht schlecht. Das ist spektakulär. Ja, das stimmt. Ärgerlich auch. Ja, das ist ärgerlich. Das stimmt. Aber die machen andere Sachen, die sind schlimmer. Ja. Das ist, ja, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Right. Hier haben wir es. Ja. Dina ist da schon nach Hause gegangen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns bereits jetzt schon auf eure Kommentare bei manglaubtesnicht.wordpress.com. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt und auch nächste Woche wieder einschaltet. Outro Outro Fire, 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 fire... Everybody's holes now. Everybody's alles now. Fire, 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 45k.